So, jetzt geht's los und das Intro kommt jetzt erst. So, hier ist der Guzua wieder am Pokis farmen. Noch sind wir Gold 3, ich hab ja noch nicht so viel gemanagt hier. Aber die Clan-Member haben schon mal richtig losgerazert. Wir sind schon irgendwie über 100 Plätze nach oben. Und das ist schon ziemlich geil. Ah, 33 Pokis, das wäre natürlich auch nice gewesen. Und das ist ziemlich geil. Weil wie gesagt, Top 200 easy. Easy. Und das ist auch eigentlich für jeden Clan eigentlich drin. Da muss man, da möchte ich mich auch nicht, wer weiß wie, brüsten damit. Das ist eine ganz normale Nummer. Das ist zack und fertig. Aber was ich auch sagen muss, ist Top, dass so viele so krass gut gepusht haben und jetzt sich einfach auch in Meister befinden. Das ist schon eine ziemlich geile Nummer. Auf jeden Fall. Also, dass man sich da einfach wirklich drauf verlassen kann. Was ich aber sagen muss, ist wirklich, das hat, ich hab auch heute nochmal mit Nova geschrieben. Das hat echt nachgelassen. Also, mit dem qualitativ hochwertigen Spenden auch im CW. Es kann halt, ah, ziemlich geil. Guck mal hier. Was hat er hier gemacht? Echt. Ganz ehrlich. Da muss einfach der, ich guck erst mal, dass ich so vorbereiten kann. Dass der King dann einfach rangehen kann und dann, äh, ja, hier, das machen wir auch noch ein bisschen weg hier. Und dann können wir mit dem King reingehen oder rangehen. Das ist natürlich immer ziemlich gut, wenn man da vorher jemanden hat, der da schön Death aufnehmen kann. Alter, der King kriegt richtig in seine kleine Krone rein. Und dann nehmen wir hier schön zwei Goldlager auf jeden Fall ein. Und die nehmen wir an uns und sagen Tschüssi. Hashtag Loot. Auf jeden Fall. So, mehr will ich gar nicht, weil alles andere da mit Magiern und sowas, ach, das bringt nichts. Aber den Loot konnte ich mir nicht verkneifen auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, Poki-Jagd ist eine Sache. Wenn man aber dann wirklich total easy irgendwelche Punkte, äh, oder Pokal, äh, na, Punkte. Irgendwelchen Loot geschenkt bekommt, das sollte man nicht vergessen. Genauso mit den Pokis droppen. Wenn ich halt runtergehe, kann ich natürlich auch gleich gucken, oh, nehme ich noch ein bisschen was mit? Könnte ja auch sein. Weil alles andere ist auch ein bisschen Quatsch. Oh, das sieht wieder nach, nach ein paar Free-Pokis aus. Zack. So, äh, Marcel Manika schrieb, hörst du auf mit, 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 mit Dings, äh, mit YouTube, äh, unter mein Champion-Video? Nein. Aber dann, da muss ich, dann muss ich echt fragen irgendwo. Äh, habt ihr euch das, äh, also das ist jetzt absolut nicht böse gemeint. Aber hast du dir das Video nicht richtig angeschaut? Weil, ich habe in diesem Video erwähnt, dass ich in Urlaub gehe danach. Ich gucke mal gerade nicht, dass ich jetzt eine Anfrage mache und so. Ähm, da, das ist halt wirklich so eine Frage, die ich mir dann echt stellen muss. Weil diese Frage kann ja nur gekommen sein, wenn man sich das Video nicht wirklich richtig angeguckt hat. Aber natürlich höre ich nicht auf mit YouTube. Besonders, wenn man, wenn man es halt jetzt wirklich schon so weit erreicht hat, dass es echt schon, dass man echt schon gut fame ist. Und dann, äh, ja, sehe ich das als Quatsch an. Weil es einfach mega Spaß macht. Ähm, ansonsten auch natürlich so eine Sache. Wenn ihr mich seht, ja, also nur mal so. Wenn ihr mich seht, dürft ihr auch gerne, ähm, mich dazu fragen, äh, ob ich mal zum Beispiel einen Angriff, äh, auf eurem Handy mache oder sowas. Also, wenn ihr das haben wollt. Das ist natürlich gar kein Thema. Und wie gesagt, wenn ihr einen Stift dabei habt, nehmt gerne ein Edding mit. Ich signiere euch auch euer Handy oder wie auch immer. Also, das ist gar kein Thema. Das dürft ihr gerne, gerne, gerne machen. Mal gucken, ob demnächst nochmal ein Video online kommt. Weil ich möchte mich mit einem Abonnenten treffen. Der sagt, oh, hier, äh, ich bin dann und dann in Hamburg. Könntest du auch und wie auch immer. Und dann sage ich, naja, ich bin an dem Tag auch am Arbeiten. Aber das ist halt eben so eine Sache mit erst mal da und da hinkommen und so weiter und so fort. Ähm, ja. Und er sagt aber, oh, ja, würde ich aber machen, würde ich aber machen. Ja, gut, okay, dann kriegen wir das hin. Also, das ist jetzt nicht so das Thema. Also, wenn, wenn für mich der, der Aufwand halt nicht da ist. Also, ich sage mal einfach sozusagen, gut, okay, komm, äh, dann lass uns kurz treffen. Ähm, ja, warum nicht? Wie gesagt, ihr, ihr seht es halt auch. Also, klar, wenn ich halt auch irgendwie, ähm, mittlerweile, ja, Fame bin oder wie auch immer, ähm, trotzdem bin ich ein ganz normaler Mensch. Und, äh, wenn ihr halt eben, äh, Bock drauf habt, mich, äh, mal zu sehen, ist halt nicht der Thema, wie gesagt, ich gebe ja immer wieder die Möglichkeit mit diesen Kino besuchen. Klar, natürlich in Hamburg, ähm, aber, äh, so grundsätzlich. Klar, das waren jetzt viele, hm, hm, hm. Aber wir sind ja im Booster, interessiert uns das ja nicht wirklich. Und dann passt das. So. Hier, äh, Fab hat nochmal geschrieben. Jepp, Riesen, nie an Splash, der vielen, nur bei Low Life. Vollkommen richtig. Weil, das ging, in einem Video hatte ich das eben auch erwähnt, wenn man halt wirklich, ich sag jetzt mal zum Beispiel. Bestes Beispiel. Von hier aus droppt ihr Riesen und haut hier gleich ein Heal rauf. So. Das, nee. Blödes Beispiel. Scheiße. Weil das ist ja keine Splash-Damage, sondern wenn ihr die hier jetzt reinsetzen würdet und denkt euch einfach mal den Einzelschaden weg, dann habt ihr hier halt nur wirklich den Flächenschaden und der ist natürlich bei den Riesen relativ egal. Und dann ist es natürlich clever zu sagen, gut, okay, komm, die heilen wir halt wirklich erst dann, wenn es wirklich notwendig ist. Roronoa Zoro haut auch mal richtig gute Sachen raus. Warum finde ich keinen geilen Loot? Ja, Luke, das kann ich dir leider auch nicht sagen. So, Jonas Imperium. Hey, Guzoa, tolle Videos. Falls du mal Lust hättest, mit einem Neuling in der Szene aufzunehmen, melde dich doch. Ja, wie gesagt, ist zeitlich immer so eine Geschichte, ganz klar. Und ihr habt es wirklich gesehen. Ihr habt es beim Clash King Hovi gesehen. Ihr habt es beim King O gesehen. Das ist für mich kein Thema. Wenn das halt alles zeitlich passt, ist es halt so, dass man auch sagen kann, gut, okay, komm, ich nehme mal so mit dem und dem auf. Aber ihr seht es halt im besten Fall, beziehungsweise bestes Beispiel halt wirklich mit Diesiax, mit Lichtle. Wir telefonieren viel, wir machen viel Skype-mäßig und sowas. Gar kein Thema. Aber für ein Video reicht es zeitlich meistens nicht. Und von daher ist das dann immer so, das ist das beste Beispiel dafür, dass es halt zeitlich echt ein bisschen mau ist. Leider. Selina hat auch nochmal geschrieben, ja, die hat beim Videokucken ihre Pfannkuchen angebrannt. Ja, läuft halt. Ah, das war es wert. Ja, dann hat halt eben noch einer geschrieben hier von wegen, ja, du hast fünf Abonnenten. Also, schrieb einer zu einem Abonnent von mir, der mit mir aufnehmen wollte, ja, du hast fünf Abonnenten. Glaubst du wirklich, dass der Gusur das macht? Ja, wie gesagt, es geht nicht um die Abonnenten. Es geht, wenn, um den Content. Klar, der natürlich meistens bei fünf Abonnenten ja noch nicht so toll ist. Klar, muss ich auch dazu sagen. Aber wenn der Content geil ist und ich die Zeit habe, dann kann man sowas machen. Aber wie gesagt, ist halt die Zeitfrage. Dann kam nochmal ganz, ganz... Alter, ihr wollt mich fucking nochmal rollen, Alter. Lass es doch einfach mit deinen Einsat Teslas oder Teslan, wie auch immer, vollkommen Banane. Das ist doch nicht nötig jetzt, oder? So, aber egal. Wir, ja genau, nicht mal Loot bekommen, aber egal. So, Mr. Hilo hatte mir noch ein Best-of gemacht. Und da war leider der Ton unsynchron. Das war schade. Aber ist natürlich echt geil. Also, das... Wie soll ich sagen? Das honoriere ich natürlich auch. Wenn sich einer heransetzt oder auch... Dann hatte mir mal früher einer einen Banner gemacht und sowas. Das finde ich auch ziemlich geil. Wenn sowas halt gemacht wird, einfach so, ohne zu fragen. Und sich Zeit investiert wird, klar. Was natürlich wiederum nicht geht, ist zum Beispiel... Da sage ich dann eben auch, ja gut, okay. Warum? Wenn halt irgendeiner was macht, für mich, wie auch immer, ohne das abgesprochen zu haben und dann wiederum angepisst ist, Ja, warum verwendest du das nicht in einem Video oder sowas? Das ist, glaube ich, ganz ehrlich... Also, das ist halt auch nicht irgendwie anmaßend oder sowas. Aber glaubt mir, das ist doch echt meine Sache, ob ich was in einem Video verwende oder nicht. Das sollte man soweit auch wissen. Klar. Ja, ansonsten. Wie läuft es bei mir sonst? Ziemlich gut. Wann ist der nächste Stream? Ja, wie gesagt, Montag und Donnerstag. Und dann ist das ziemlich nett. So. Hier. Nee, den nehme ich nicht. Der hatte jetzt auch nicht... Ich glaube, ich hoffe nicht so viel Boogies. Hier, das ist cool. Ziehen wir ab kurz. Alter, you are fucking kidding me, Alter. So, hier baue ich jetzt, äh, setze ich jetzt keine Boogies mehr, weil, klar, kriege ich noch mehr Tesla-Action. Seht ihr gleich? Oh, der Gusu hatte recht, klar. Ähm. Das müssen wir uns nicht geben. Merkt ihr ja. Also hier, wie gesagt, ist ges... Hier ist doch garantiert... Ah, nee, ich wollte schon sagen, garantiert wieder Tesla am Start. Passt aber. So, zack, gucken wir mal. Ja, dann hat da einer geschrieben, oh mein Gott, du antwortest mir. Der Aaron hat mir geschrieben. Aaron heißt ein Cousin von mir. Yeah. Der will aber leider nicht mehr so viel mit seiner Familie zu tun haben. Das finde ich natürlich echt schade. Das ist... Ja, wie... Habt ihr sowas auch vielleicht eventuell in der Familie, dass ihr sagt, oh, hier, die und die haben gar nichts mehr mit mir zu tun. Die wollen nichts mehr, äh, mit der Familie zu tun haben. Das ist echt eine schade... Eine schade Sache. Hm, genau. Das ist echt schade, sowas. Weil Familie ist halt wirklich so, ähm... Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und... Das ist dann echt schade, wenn man irgendwie sagt... Also ich hab extrem viele Cousins und Cousinen. Und da, äh... Ja... Er will nicht so heute bei mir echt nicht glauben. Ob ich... Also ich bin heute echt so ein bisschen der Trap-Boy, oder? Ähm... Ne, aber wie gesagt, bei mir ist das so wirklich, äh... Cousins und Cousinen echt... Richtig, richtig viel. Also über 20. Und... Da sind die Familientreffen dann schon echt immer ein bisschen größer. So, zack, jetzt bin ich dazu. Uh, wieder voll. Cooles Ding. Achso, da hatte noch einer geschrieben, oh, ich wollte auch noch dazu beitragen, die 200k Klicks oder Likes auf Camcord beim letzten Video zu... beim letzten Stream zu knacken. Und das finde ich echt krass, dass ihr euch da so eine Mühe gegeben habt. Und ich war, glaub, wir waren am Ende bei 189.000 Likes. Und das ist schon eine ziemlich krasse Nummer. Das finde ich ziemlich geil. Vielen Dank dafür. Weil, wie gesagt, dann sitzt man, beziehungsweise steht man bei Camcord halt einfach auch ein bisschen besser da. Toller Stream am Montag. Wäre toll, wenn der Stream früher gewesen wäre. Ja, das verstehe ich vollkommen mit dem früheren oder früher Streamen. Verstehe ich auf jeden Fall. Aber momentan ist es zeitlich nicht anders machbar. Weil wirklich, ich will halt den Video-Stuff, den normalen Video-Stuff halt wirklich für euch erstmal durchbringen. Und dann wirklich ganz gechillt sagen, gut, okay, komm, jetzt hauen wir noch einen Stream hinten dran. Und dann ist das in Ordnung. Anders kann ich das irgendwie nicht. Weil, wenn ich jetzt es streame um die Uhrzeit, jetzt haben wir es, wie gesagt, kurz vor sechs, dann streame und dann am Ende irgendwie ein Video machen soll, noch schneiden muss dann logischerweise, dann wird es halt schnell so, ich habe keine Lust mehr, weil es halt wirklich spät ist. Und das würdet ihr von der Qualität halt echt merken. Das ist dann, habe ich noch Bock auf ein Thumbnail oder doch nicht. Das ist eine Sache, die kann ich euch einfach nicht antun. Unter dieser Qualität möchte ich euch nicht leiden lassen. Deswegen lieber streamen spät und fertig. Wer nicht gucken kann, gar kein Thema. Ihr könnt die auch einfach auf Camcord im Nachhinein anschauen. Gar kein Thema. Aber ich würde die halt nicht mehr auf YouTube hochladen, weil, ja, wenn man einen Stream geguckt hat und dann nochmal einen Stream nachher angucken, ist, das sieht auch wieder gut aus. Und hier, jetzt habe ich das halt eben auch begriffen. Wenn wir hier die Deko drum haben, wissen wir definitiv, das ist ein sicheres Townhall. Und kann man ohne Probleme snipen. Hier nehme ich nur noch das weg. Ich bin jetzt hier nicht so der... Alter, ich sehe gerade, das sind 300... Das sind 300. Ganz ehrlich, Leute. Ganz ehrlich, gönnen wir uns. Auch wenn er nett war, aber wie gesagt, ich meine mit 300k von beidem. Ich habe es nur aufs Gold abgesehen in dem Fall. Den Rest kriege ich definitiv nicht. Aber mit 300k von beidem bin ich natürlich, ja, gerne dabei. Und würde gerne mal gucken, ob man hier was... Oh, ich bin ja schon so gut wie drinne hier. Alter, läuft bei mir. LBM, Alter. LBM. Hashtag LBM. Ja, genau. Oh yeah. Alter, da gebe ich ja nun mal gar nicht auf. Und hau hier ja nochmal richtig rein. Ja, schade, dass die Bogies außen rumlaufen. Aber hier sind wir jetzt schön im Rage drinne. Tut mir leid. Aber wie gesagt, das ist halt auch irgendwo der Sinn und Zweck des Spiels, oder? Sind wir mal ehrlich. Der eine gewinnt, der andere verliert. Ärgerlich fast, aber es hätte eh nur vier Bogies mehr gegeben. Aber ich hätte die 50% noch voll machen müssen. Aber ich habe es verpennt. Egal. So ist das Leben. So. Weiter geht's. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen an meinem anderen Spiel dran. Aber das zeige ich euch dann. Vielleicht werde ich das, wie gesagt, im Stream machen. Aber das seht ihr dann im Stream ja logischerweise. Ob ich es dann gemacht habe oder nicht. Ich bin schon bei 3,4 Millionen. Das ist ziemlich cool. Gucken wir gleich mal. Mit Bonus 1,2 Millionen. Guckt ihr euch das mal bitte an. Ich erzähle was dazu. Nicht dazu, sondern sehe ich genauso wie du. Ich bin jetzt auch auf Lazy Farming umgestiegen. Barge ist einfach langweilig geworden. Ja, wie gesagt, mit dem langweilig. Also, langweilig ist ja relativ. Also, Barge ist eine sehr geile Farmtechnik. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Bloß, es ist einfach langweilig irgendwo die ganze Zeit immer. Ah, gut, okay, Barge. Hier sehen wir es jetzt zwar auch wieder. Aber ich erzähle ja auch logischerweise ganz normal weiterhin. Und das läuft halt einfach. Und dann, nächste Sache, ist natürlich wirklich die... Er ist gerade in Barge, der kleine Schlepphoden. Er ist gerade bei Barge. Doch, also er macht gerade Barge in Meister 2. Und dann natürlich, den Loot ist natürlich echt eine Mega-Geschichte. Aber wie gesagt, ansonsten ist halt Barge, Barge und fertig. Also wie gesagt, ihr dürft dann... Ich würde niemandem sagen, warum Barge du denn? Das ist kein Thema. Aber ein Barge-Video will natürlich nicht jeder sehen. Deswegen halt einfach so eine Sache, dass man davon Abstand nimmt. Ja, so mit dem Schild. Genau, da hat dann Pär1 geschrieben. Ey, hier, das mit dem Schild in Legendenliga. Das stimmt nicht. Das ging irgendwie darum vom Stream her. Da sagte, du kannst dir irgendwie ein Schild kaufen. Theoretisch könnten wir das auch einfach mit Tobias Spöthock klären. Der kann das auch nochmal kurz fresh in die Kommentare werfen. Der wird garantiert das Video sehen. Tobias, wenn du das siehst, dann hau doch bitte mal raus. In der Legendenliga kannst du den Schild kaufen. Über welche Zeit kannst du den Schild kaufen. Oder kannst du dir halt gar kein Schild kaufen. Das wäre richtig cool. Genau, hier, so eine Sache finde ich auch ziemlich geil. Muss ich jetzt nochmal kurz sagen. Vom Radioactive. Irgendwann kommt es halt. Und gut ist. Gusua 2015. Also wenn euch einfach so eine Kommentare total anfixen und ihr sagt, oh, das ist ziemlich geil. Das ist einfach mal Gusu Power Deluxe oder sowas. Dann, wie gesagt, ich würde sowas gerne sehen, dass ihr einfach ein Bild davon macht. Oder, was weiß ich, ein Bild von irgendwas und dann einfach da drunter schreibt, so eine Art Zitat. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das finde ich ziemlich geil. Was Hondo zum Beispiel gemacht hat mit denen, wenn die Mauern weg sind, sind die Mauern einfach mal weg. Ich finde das total geil. Und wie gesagt, immer wieder dieses, mit diesem Geilen, wo die Merkel klatscht, da kann man auch mal klatschen. Ich finde das total geil. Ich, ja, ich kann mich da immer wieder drüber beäumeln. Wie geil das ist. Ach, Alter, fick dich doch, Alter. Alter, geht bei mir richtig, Alter, was razert ihr denn hier übelst ab? Krass. Chemcord wird heute auf jeden Fall wieder richtig absplaschen. Oh, ich muss pinkeln. Warum redest du immer so komisch? David Pilcher, warum rede ich so komisch? Weil ich ganz normal so rede. Und wenn dir das nicht gefällt, ist das vollkommen in Ordnung. Du bist nicht gezwungen, meine Videos anzuschauen. Ganz klare Sache. Also wie gesagt, wenn einer sagt, ey komm, der ist total dumm. Wie gesagt, ich habe das ja mitgekriegt, hier, Areto hält mich viel von mir. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn er sagt, ey komm, hier auf das Niveau gebe ich mich nicht. Ich finde, also mein Niveau ist jetzt nicht irgendwie schlecht oder sowas. Aber wenn er sagt, ey komm, das passt absolut gar nicht, ist das vollkommen in Ordnung. Man muss meine Videos nicht gucken. Kein Thema. Auch nice. Auch nice. Aber nicht knackbar für mich. Mach mal. Oh. Aber hier probiere ich auch gar nicht weiter irgendwas. Weil wie gesagt, man muss halt wirklich, man muss halt wirklich wissen, was man kann und was man nicht kann. Und ich weiß halt einfach, dass ich mit Only-Bogies hier nichts reiße. Guck mal. Weil, hat er clever gemacht, wirklich hat er einfach clever gemacht. Da reichen die ganz normalen Zweier. Zweiermauer müsste das sein. Die Dreier wäre dann. Ja genau, das ist eine Zweiermauer. Und, äh, da kriegt man nicht mehr hin. Ganz klare Geschichte. Ich zumindest nicht. Oh, wir werden, oh, wir werden schon wieder viel zu lange. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns gleich beim nächsten Video, beziehungsweise morgen dann beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, diese Art Poki-Jagd und Quatsch-Video gefällt euch. Haut rein. Ciao, ciao.